Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Runde, zu einer neuen, zu einer Runde Endergames, ähm, mit dem Florian. Hallo. Ja, keine Ahnung, ich hatte Lust auf Endergames. Eventuell werde ich ein paar Folgen bringen, weil ich sowieso Bock habe meine Endergames Stats und Coins zu verbessern. Mal schauen, wenn ich Lust habe, dann mache ich das. Und ja, ich habe den Bogen Schütze, weil ich eben einen Runde Endergames spiele, leider. Vier Eisen. Ach du Glücklicher. Äh, das ist ein ganz okay Biom für den Bogen Schützen, weil hier halt viel Wasser ist. Oh ja, die Leonie, die wurde gekickt. Das ist richtig. Ja. Das interessiert jetzt auch alle. Danke für diesen Hinweis. Den habe ich gebraucht. So, ich habe leider nur ein Eisen. Ach ja, ich nehme mir auf. Voll ungewohnt. Vier Dias. LOL. Und genau in dem Moment verschwindet dann auch die Truhe. Alter, warum leckt das? Ich hatte gerade Standbilder ohne Ende. Ach, nur noch 30 Sekunden. Noch ein Dias. Ich habe 5 Dias. Aber leider nur auch 5 Pfeiler. Oh, ich trage dich. Ich möchte dich nicht direkt töten, Flo. Wow. Oder getötet werden. Von dir. Keine Ahnung. Ja. Ok. Wow. Ich tricke dich noch immer. Mann, ich möchte dich echt nicht töten. Du wurdest auch noch nicht geportet. Doch. Wurdest du echt? Ja. Na, kannst du noch nicht. Doch. Hä? Du bist aber der nächste Spieler. Oh, ich wurde geportet. Oh, kuck. Ich bin voll gut umzingelt. Ne. Wow. Direkt vorne. Ich habe nur Müll. Yes. Ich habe einen gekillt. Na, ich habe auch schon einen gekillt. Hm. Da. Rose. Aber der wird glaube ich AFK. Oh, dann wurde ich getauscht, geportet. Hat sich hier in eine Schlucht gestellt und hat hier alles überlaufen lassen. Mit Lava. Oh, Lava. Da habe ich einen Lava-Eimer. Scheiße, wenn man teamt, ne? Wenn nicht damit rechnet, dass man geportet wird. Opfer. Ah, ich tricke dich. Flo? Ja? Wie machen wir das? Keine Ahnung. Ich kann dir ein paar Sachen vielleicht geben. Ich warte darauf, dass ich geportet werde. Weil ich in so einer scheiß Schlucht feststecke. Ich tricke einen anderen. Nein! Ich bin rausgetappt. Ja, Aufnahmen sollte noch laufen. Bist rausgetappt? Was denn raustappen? Ja, wenn du... Ja, wenn du... Wenn du... Wurde geportet? Nee. Okay, dann lass mich mal kurz. Na, ich hab auch grad Besseres zu tun. Auch für die XP-Buddles, ja. Okay, der möchte auch anscheinend keinen Stress haben. Nein! Ich bin tot. Echt? Mhm. Ja, da kam einer mit dir auf Rüstplatte und so. Ich hatte noch die Wederrüstung. Wie hieß der? Secret Boy. Okay, ich hab zwei Pfeile noch. Möchtest du mich spektaten? Äh, ja. Okay, der bewegt sich nicht. Ähm, Sabaton da. Oh, du kämpfst. Ich hatte dann noch Lederrüstung, aber ich hab den gut zugesetzt mit meinen Schadenstränken. Dann hab ich welche neue aus dem Inventar geholt und dann hat er mich angegriffen mit einer Enderperle. Nein! Ich hab ihn vergiftet und wurde weggeportet. Ist das bitter. Ja, jetzt kämpft der Secret Boy gegen den. Kacke ey, das wird der dann wohl gewinnen. Der benutzt jetzt meine Schadenstränke dieser... Mann! Woher hattest du überhaupt Schadenstränke? Aus Kisten. Ich hatte, äh, sieben Stück. Ja, war klar, dass der gewinnt. Kacke ey, ich hab den vergiftet. Ich hab meine Vergiftungspotion für den verbraucht. Alter, da hat einer drei Enderkisten auf einem Fleck. Ne Cookie. Ich hoffe, ich hab noch nicht, dass das so gut ist. Und doch, der ist, ja, der hat Diahose, Diah Schwert, Eisenbrust, Diah Schuhe und Goldkopf. Secret Boy hat, äh, Diah Helm, Diah Brust, Diah Beine, äh, Füße und, ich glaub, Eisenhose. Ich hab wieder einen gekillt. Ja. Ach, der Uschi. Also, der Secret Boy ist fast komplett Diah... Ach! Du! Bist du jetzt getauscht? Ja, ich wurde jetzt grade getauscht. Ah! Ich mein so... Ach, der Secret Boy hat, ähm... Ja, auf einmal seh ich... Ach, das ist deins denn? Aber ich wollt schon sagen, ich hab mich ja zum Secret-Thingsbums geportet. Jetzt bräuchte ich Äpfel. Oh, die battlen sich. Oh, oh. Wer battelt sich? Da gibt's ein schönes Battlen. Secret Boy und Nick. Cookie. Nice. Dann kann ich abstauben. Nobody. Älter ist denn Cookie schlecht am Bogenschießen. Alter, der ist ja wirklich was voll Diah. Mhm. So. Wie viele leben noch? Nur noch wir drei, das. Oh, aber da hat der Nick den... Oh, der Nick-Combot den... Dat weg. Und dann kommt der Tobi dazu. Einer, zwei, G... Yes, sauber! G! Das war geil. Ja, das würde ich sagen, war ein... Doch, gut. Ja, das war abstauben. Aber ich meine... Die erste Folge war jetzt schon ziemlich geil. Da habe ich ordentlich Coins dazu bekommen. Ein paar Kills gemacht. Vielleicht habe ich mal einen Kill-Counter rein. Ja, das war so erfolgreich. Ja, äh, keine Ahnung. Wenn euch das gefallen hat und ihr denkt, dass ich noch mehr von solchen Sachen machen soll, dann zeigt es doch durch ein Like und vielleicht wollt ihr ja auch kommentieren, mir Verbesserungsvorschläge geben. Oder... Weiß ich nicht... Irgendwie... Weiß anderes mitteilen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten, ähm, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun, um kein Video mehr zu verpassen. Und den geilen 3... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe auch bei der, denke ich mal, zweiten Folge von Ender Games. Und ja... Die dann ohne mich kommt. Ach, wer weiß. Vielleicht kommt es ja mit Flo, wenn ich ihn überreden kann. Ja, ich bin so der Ender Games. Schau, Leute. Tschüss.